Stricken und Häkeln Können Sie einlismen oder häkeln? Möchten Sie es gerne lernen? Der Kurs eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Kursleiterin zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie man eine Kappe machen kann, einen Schal, Pulswärmer oder einfach eine Blume. Sie arbeiten mit farbiger Wulle und schönstem Garn. Sie sitzen mit anderen in der Runde und es bleibt auch sehr viel Zeit für Gespräche. Haben Sie Lust, an diesem Kurs teilzunehmen? Melden Sie sich an. Wir freuen uns.